Na, keinen Bock mehr auf eine langweilige Ausbildung? Hallo, ich bin Carlotta und ich bin Azubine im zweiten Lehrjahr bei Vodafone. Wenn du noch nicht weißt, was du nach der Schule machen sollst, dann komm doch zu uns ins Vodafone-Team. Bei uns erwartet dich ein junges, dynamisches Team, welches auf Augenhöhe mit dir kommuniziert. Durch interne Schulung hast du die Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Was ich persönlich mega cool finde, ist, dass ich es geschafft habe, durch unser Provisionsmodell mein Gehalt zu verdoppeln. Ein besonderes Highlight für mich sind die regelmäßigen Team-Events. Und was für dich besonders wichtig ist, ist, dass du nach der Ausbildung die Chance auf eine Übernahme hast. Und wenn auch du Bock auf ein junges und dynamisches Team hast, dann bewirb dich jetzt auf unserem Vodafone-Karriereportal. Wir freuen uns auf dich!